Ich check ja nicht mal, was ich machen soll. Was ist das von Scheiß, Mann? Ja, bevor wir uns jetzt aufregen, was ich so geplant habe, also, wenn die Aufnahmen weiterhin so gut laufen bis jetzt, dann wird es vielleicht auch demnächst schneller und mehr geben. Und ja, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen mehr, labere nur noch ein bisschen random shit dazwischen. Und ja, ich werde von jedem Treffer getroffen. Ich bin zu doof zum Ausweichen. Es tut mir wirklich leid. Ich muss erst mal den wunden Punkt hier irgendwo finden. Es hieß ja, das Ding gedroht. Oh shit, Mann. Wornsam. Ich glaube... Triff ich ihn überhaupt? Oh! Ey, Mann. Ich bin unkonzentriert gerade. Aber ich glaube, das Face kann man nicht auserwischen. Ich kann verfestiger Zeit sein. Kannst du gerne richtig Fett auf die Fresse haben, also, Mist. Ja, da hagelt sie nämlich die Granaten, ey, ne? Bermalder, warum? Warum trifft mich die Scheiße jetzt? Ihr habt doch voll draufgekommen, Mann. Ach so, wie sieht's aus? Hier kann man nur an der Fresse treffen. Hm, hattest du da so... Ja. Es sieht nicht sehr professionell aus, dafür entschuldige ich mich erst mal. Aber was soll ich machen? Ich bin jetzt nicht der beste Spieler, da muss ich einfach mal so zugehen. Ähm, ja. Andere würden sagen, sollte es eh verpeilt, er hat eh von gar nichts in Plan... Ja, genau so sieht's aus. Jetzt hat er mich gefressen, ach sooo, jetzt bin ich tot, ihr schüttelt mir mal wie verblüht, ne? Hey, Mann, ich dachte schon, der beißt mir jetzt den Kopf, oder so, aber... Störb jetzt. Mist, sag mir. Jetzt geht's wieder nach oben. Ja, also... Uah, bitte nicht. Ich hoffe mal, dass ihr euren Spaß hier ein bisschen dabei habt, also... Ich versuche ja wirklich, ähm... Also, ich glaube, langsam habe ich so raus, was ich machen muss, aber... Es ist wirklich, also... Das ist hochkonzentriert... Äh, ja. Ich sollte aufhören, das zu machen. Also, reden ist bei mir ganz schlecht. Gefühlt hängt sich dieses Spiel hundertmal in der Sekunde auf und läuft dann hundertmal flüssiger in der nächsten Sekunde. Ja, ja. Und ich kann schon wieder... Nix... Machen! Störb halt, endlich! Ja, jetzt kann sie mir hier gar nichts mehr machen. Ich verstehe noch nicht, warum wir schon wieder einen Bosskampf haben eigentlich. Ich hatte doch erst einen und hab erst einen kaputt gemacht. Dann versuchen wir jetzt mal auf seine Fresse. Oh, wir treffen sogar! Wie geil ist das denn? Ja, ne? Jetzt haben wir... Ja, haben wir jetzt den Kopf abgeschlagen? Nein. Komm schon! Ja, oder ich, oder ich, oder ich, ich hab gewonnen! Jawohl, so muss das sein. Und... Ich glaube, da ich jetzt schon wieder sehe, dass die Leistung dieser Aufnahme abnimmt. Und ihr werdet es auch dann sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Moment läuft es noch flüssig, aber... Ja, okay, wir machen jetzt mal weiter und schauen, wie lange das noch funktioniert. Wir haben jetzt noch sechs Lebenspunkte und ja, das ist schon mal nicht so viel. In der nächsten Zwischensequenz, wir halten wieder die Klappe. Check es mal. Die Datasystempücher ist noch nicht hier und da läuft. Ich will für die schnellste Route aus diesem Planeten suchen. Das Monster da hinten. Warum hat er uns nicht attackiert? Monster? Das war nicht ein Monster, Kachi. Naja, natürlich! Ein Hüter? Was ist ein Hüter? Die Zivilisation dieser Erde wurde so großartig. Und was ist mit seiner Zerstörung? Die Zerstörungen sind artikeln. Sie schützen uns. Denk an das so. Die Zerstörungen sind das Erde- und Mondsystem. Und die Zerstörungen sind die unabhängige Parasite. Alles klar, ich glaube, dass ich hier ein Ticket gefunden habe. Los geht's! Oh Gott, Hilfe! Entschuldigung, ey, das mache ich eigentlich ungern sowas. Ist nun im Abschnittswahlmenü verfügbar. Okay. Ja, ganz klar, das laden wir natürlich hoch. Wir sind ganz stolz drauf, wie wir abkacken müssen. Da müssen wir festhalten in der Y-Fail-Connection. Weil sie auch so super funktioniert. Ähm, ja. Vorerst mal... Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen schwarzen Screen. Und jetzt haben wir wieder Run-Screen. Also, es geht schon ab hier. Ausgangsschlepp! Ja. Es wird sich jetzt vor allem geklaut. Ốin ist ein Schwerpunkt hier. Allerdings noch die Zerstörungen sind es noch her. Und die Zerstörungen werden mit den Impulanten ausgelöst. Und wir müssen uns hier weiter spielen und um die Instrumente an der Erwerber gospelmöglichkeit. Oder wir müssen uns hier weiter spielen. Ich schaffe es auch schon. Und es wird mir leid. Warum würden die Anwärtskriege aus den Wettbewerb aussehen? Da sind die Anwärtskriege! Ich bin der Fall! Warum würden die Anwärtskriege aussehen? Warum würden die Anwärtskriege aussehen? Hier sind die Anwärtskriege! Das wird mein zweites Let's Play-Projekt! Produkte! Deutsch und so! Ich glaube, ich sollte auf Englisch sprechen! Könnt ihr mich dann immer verbessern? Wir töten Fische! Wir töten Fische! Und ich werde von jedem Scheiß getroffen! Ich bin so doof! Ich kann mir das schon selber gar nicht erklären! Also ich glaube, auf hart hätten wir wirklich verkackt! Also ich zumindest! Das heißt hier, ihr hättet das natürlich geschafft! Jetzt kommen wieder die ganzen Kommentare, die sagen Ja, du bist so schlecht, Alter! Und ich kann es euch nicht mal nach! Ihr habt vollkommen recht, ey! Dieses Spiel ist wirklich... Entweder kann man es, oder man stellt sich einfach nur doof! Und ich glaube, ich stelle mich einfach nur doof! Nein, ich finde es wirklich schwer! Also, wow! Man muss auf so viele Sachen achten! Und man weiß nicht, was man zuerst abschießen soll! Man will alles töten, aber... Überleben! Ja! Wow! Aber was ist das eigentlich? Ja, das sind jetzt Granatensegler! Sagen wir einfach mal! Wow! Ach so, jetzt habe ich die Anziehung! Ich will eine dieser Raketen dahin haben! Aber nicht dahin! Ja, egal! Ich bin eh zu doof! Und ja... Ja, kaputt! So muss das sein! Wow! Da schießt jemand auf uns! Mist! Der ist tot! Ja, wir haben einen Menschen umgebracht! Mann, du, 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 du! Ja! Warum gehe ich eigentlich auf eine Unstieg? Ich check die Story überhaupt nicht! Kann mal jemand erklären, um was es geht? Weiß das jemand? Also, ich werde mich mal informieren für euch! Im nächsten Let's Play berichte ich dann, warum das hier eigentlich so ist! Also, ich versuche es zumindest, oder? Versuche ich das? Ja, ich versuche es! Also, ich glaube langsam, aber sicher ist mir Kachi dann doch lieber! Denn mit der würde ich wenigstens ab und zu mal treffen! Gefühlt treffe ich hier gar nichts! Ja, also, das Zielsystem von Kachi funktioniert eben so! Es ist immer ein Lock-On mehr oder weniger automatisch an! Und ihr müsst dann einfach nur noch gucken, dass das läuft! Ne? Das ist klar! Also, ja, ihr versteht schon, was ich sage, oder? Ja, ja, ja! Also, ich als Bayer drücke mich immer etwas komisch aus! Also, man merkt es vielleicht! Shit, man ey! High-End-Grafik, FTW, Alter! Ich habe natürlich wieder gar nichts gesehen! Wir haben... Ah! 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 Hilfe! Das ist ja... Boah! Muss man eine... Ah! Immer so erschrecken! Ey, Mann! Dieses verfickte Drecksviech! Kann mal das verfickte Viech! Ich will nicht sterben! Ich hasse es! Da ist es! Jetzt bist du tot, Alter! Nein! Wissen nicht! Wir laden jetzt unsere verdammte Waffe auf und töten dieses Scheißviech! Ja! Oh! Ja, ist schon wieder eins! Gibt's doch gar nicht! Kann man das töten? Ich verstehe jetzt gar nichts! Ja! Mach halt kaputt! Wow! Ey, Mann! Das ist irgendwie schon... Also... Das sieht schon krass aus in diesem Spiel! Also, technisch muss ich sagen... Also, von der... Die Charaktere her beiden sehen aus wie zwei verrückte Freak-Zombies, ja? So ein bisschen aus den japanischen Horrorfilmen kommen, irgendwie... Keine Ahnung! Ich meine, die Augen von denen, die sehen aus... Ich weiß nicht, ey! Ihr wisst schon, was ich sage! Was ich... Äh! Meine oder so, ne? Ja, Mann, ey! Ja, Mann, Alter! Ja, Mann, Alter! Das sagt bei mir in der Klasse ganze Zeit... Das ist so lustig für uns! Im Moment habe ich ja Praktikum! Also... Wow! Verdammt! Im Moment heißt es... Im Moment muss ich nicht ganz so viel arbeiten! Wow! Ey! Man sieht gar nicht! Technik geil! Also, die Grafik, die hat schon echt was! Ja! Genau! Jetzt machen wir mal unsere Kombo wieder hoch! Töten ein paar... Ein paar Surfer, weil wir... so lustig sind! Also, das Kombosystem verstehe ich noch nicht so ganz! Also, ich... Wo? Ich glaube, ich krieg immer... Wenn ich getroffen werde, wird mir immer was... Achso! Was kann man einsam? Ich war ich aus! Ja, super! Ja, das sagt einem... Ja, da, da! Weil, ist ja wieder unfair! Also, ich glaube, dieses Spiel bleiben zu spielen, war eine nicht so gute Idee! Also, ich glaube, dieses Spiel spielt man lieber nicht bleiben! Weil, man hat überhaupt keine Ahnung, wo man eigentlich als erstes hinstellt! Schießen soll und... Was man überhaupt machen soll! Aber egal! Das soll ja auch ein bisschen so... Ja... Planlos wirken! Hoffe ich jetzt mal! Also, ich hoffe, ich wirks schon ein bisschen verpeilt! Also, das ist so auch meine Art! Also, viele Seiten echt bin verpeilt! Das stimmt gar nicht! Ich bin nicht verpeilt! Pfff! Ich tue nur was, weil ich verpeilt! Er versteht, was ist das denn? Ist das jetzt der Endboss? Ich hoffe doch mal! Ja, er will was, Alter! Verstehst du das? Also, es ist halt ein Spiel, in dem man viel ausweichen muss! Man hat Zeitbegrenzungen, die mir noch gar nicht aufgefallen sind im ersten Level! Vielleicht gab es auch noch keine! Achso, wir haben ihn umgebracht! Ja, Mann, Mann, Mann! Das ist ja richtig fett! Jetzt gehen wir mal richtig ab und hauen ihn kaputt, Mann! Kann man das zurück? Ich glaube... Also, ich bin mir nicht sicher, was man damit machen kann! Also, wir schießen jetzt einfach mal weiter drauf und packen mal unsere Super Gun aus! Also, ich muss schon sagen, das ist schon lustiges Spiel! Also, es sieht geil aus! Also, jeder, der mal ein technisch anspruchsvolleres Spiel auf der Wiese sehen will, der muss hier auf jeden Fall zugreifen! Das ist ja mal richtig geil! Also, es macht echt Spaß! Ich muss sagen, es ist... Also, wenn man das dann auch kann, dann macht das bestimmt richtig fett Spaß! Wieso habe ich jetzt nicht getroffen? Ich wollte Finish machen! Das ist unfair! Das ist doof, Mann! Ja, wir haben mich getötet! Wann, Alter, ey! Ich glaube, das war, ähm, jetzt gerade richtig... Wow, 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 wow! Eine...